Ja hallo liebe Fans. So wir sind zu dritt hier und versuchen die Latz zu treffen. Wer von euch Wir machen heute ein kleines Pantomime Spiel für euch. Erratet den Begriff. Also wir. Hallo Leute. Wir drei treten heute an zum Lackenschießen. Hey Leute. Wir drei treten zum Lackenschießen an. Der Maik, der sind Karosch. Und ich. Wer von uns trifft zuerst die Latte? Was tippt ihr? Eure Antwort in die Kommentare oder in unsere Blablabla. Aber in die Kommentare? Was tippt ihr? Oder sag einfach was tippt ihr? Hey Leute. Ich habe eine Schätzfrage für euch. Oder eine Frage. Warten. Ich habe keine Schätzfrage. Wir wünschen allen Fans, Freunden, Mitgliedern und Sponsoren. Das erste letzte Woche. Hallo Leute. Wir versuchen heute die Latte zu treffen. Welter, meine Wenigkeit, Cindy. Boah, der ist ja der letzte, ne? Wer von uns trifft als erstes? Wer von uns trifft als erstes? Nochmal. Ja, komm. Ja, komm. So, hi. So, hi Leute. Wetter, ich und Cindy. Jungs, den rücken wir mal auf, ey. Dann rücken wir rein, ja. Ey, wir wollen auch mal nach Hause duschen und so weiter. Ja, ey. Rücken wir mal auf. Jungs, stopp. So, hi Leute. Wir versuchen heute die Latte zu treffen. Welter, ich, Cindy, ähm ... Ja. So, Welter, mach du mal. Ja, das war echt gut. Der letzte Satz war einfach. Ja, der letzte Satz war. Der letzte Satz war. Der letzte Satz ist, was tut ihr, wer zuerst die Latte drin ist. So, viel Spaß beim Raten. Ich wünsche euch eine frohe Weihnachtszeit. Boop! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020